Für die Angabe, die wir in unsere Unterlage machen, was die Kräfte angeht, was die Haltbarkeit des Greifers angeht, was es wartungsfrei angeht, lege ihm eine Hand ins Feuer. Ich bin Uwe Heinz, bin seit 34 Jahren bei der Firma Schunk in verschiedensten leitenden Positionen tätig. Ich bin zuständig für die Qualität unserer Produkte und so auch für den PGM Plus P. Und der PGM Plus P hat uns schon von Anfang an auch für einige Herausforderungen gestellt, die wir aber zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigen können. Alles was wir im Katalog bestätigen oder schreiben, wird mindestens erreicht. Das ist auch schon immer unser Ziel, mehr halten zu können, wie man verspricht. Um die Produktmerkmale zu verifizieren, müssen alle unsere Produkte, natürlich auch der PGM Plus P, in unsere Folterkammer. Es ist eine Herausforderung. Also die Dauerlauf-Tests und auch die Feldtests, die gemacht werden, bevor so ein Produkt an den Markt kommt, sind sehr aufwendig. Die erste Inspektion kommt nach einer Million Zyklen. Dann nehmen wir die runter, dann werden die auseinandergebaut, dann werden die Einzelteile begutachtet, mit der Kamera aufgenommen und dem Mikroskop anguckt. Es ist relativ einfach, wenn man keine Verschleißspuren sieht, egal an der Führung oder innen drin an den Kolben und an den Schrägzügen, wenn es da keinen Verschleiß gibt, dann hebt der Greifer. Dann ist alles in Ordnung. Um 40 Millionen Zyklen wartungsfrei im Katalog oder in den Unterlagen zu beschreiben, müssen die Produkte natürlich deutlich länger getestet werden, um sowas mit Sicherheit sagen zu können. Das heißt, die Produkte laufen eigentlich permanent weiter. Irgendwann muss man mal einen Schnitt ziehen und deshalb hat man dann bei 40 Millionen Zyklen gezogen. Also ich kann jedem versprechen, der so ein PGN plus P einsetzt, dass die Greifer mehr halten, wie sie versprechen. 1E6 2E6